na hoffentlich ist mir der neustart so jo freunde wir sind wieder da mit neuer mucke und neuen gedönsel ja genau ja kurz zu meinem handy ich hab jetzt wieder so ein tolles altes tastending vielleicht kennt es jemand von euch ich muss nur sagen der akku extrem lang über zwölf stunden ja am 27 krieg neues und am 30 bin ich schon wieder bei long halber strobel zu hause und dann gehen wir ab wieder zu silvester videos ja und wenn ich dann heute aber ich wahrscheinlich auch eine bessere kamera und wir können auch von meinem handy aus was auch immer er kommt ist irgendwie bekannt vor nein denn wie kennst du kommen wir gehen darauf ja ich habe ich habe noch mal was für dich guck mal es hier noch ab dann und hey wenn du noch was willst ich komme kong 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 ja ja hyvä kong 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 ja 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 kullan dazu kong kong kong